Musik Grüß Leute und willkommen zu Powerblade. Leider ohne Mucke, also wir haben trotzdem Soundeffekte und vielleicht wird es ja kurz, dass im Intro die Story erklärt. Aber es gibt hier befremdlicherweise keine Musik. Ich habe das Spiel gar nicht mehr so in Erinnerung, sondern nur, dass es sich sehr gut spielen lässt. Wir spielen, also das Spiel spielt im Jahre 21... 91. Erz plus full existent was governed by a powerful master computer. Oh je, das ist immer die Grundlage für den Weltuntergang, wenn irgendein Computer die Weltherrschaft an sich reißt. Wir lassen das Ganze jetzt mal weg und starten gleich mal mit dem Spiel. Die Story ist eh belanglos, da sie vom Terminator abgekupfert ist. Ich nehme mal die normale Welt, ich will nicht gleich sterben. Aber ihr seht quasi an dem roten Bild, das ist quasi schon Arne. Also wir haben hier gewisse, sag ich mal, Parallelen. Auch wenn der Junge mit dem Bungerang wirft, das ist nämlich das Powerblade statt mit einer Shotgun. Ich gehe jetzt mal in Sektor 1. Aber ihr werdet schon merken, so ein paar Parallelen zu Terminator sind da. Schon allein wegen der Figur, der der Junge da vor sich herschleppt. Und der coolen Sonnenbrille. Ich habe mir das Spiel vor circa ein Jahr gekauft, habe es, sag ich mal, doch relativ weit gespielt gehabt. Und ihr seht ja, hier gibt es wieder Mucke. Ach verdammt. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr besonders gut. Äh, aber was den Titel wirklich ganz besonders bei mir ausgemacht hat, Mann, ich will den Typen erwischen, wo ein Gedächtnis hängengeblieben ist, ist die gute Steuerung, die sich wirklich erstklassig gemacht hat und nicht irgendwie rumgezickt hat. Nein, irgendwie wieder zurück zu Sektor 1. Jetzt steht natürlich auch der Typ wieder da. Den kille ich jetzt mal nicht. Geht auf die Zeitanzeige, die wir oben haben. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, ist natürlich klar, dann haben wir verkackt. Yeah, ausgeschaltenes Mistvieh. Es kann ziemlich unangenehm sein, weil das doch ein paar Treffer mehr braucht und diese komischen, lustigen Viecher, diese Kugeln, uns doch schon hart zutreffen können. Nein! Was? Schon einmal gestorben? Gut, normal. Da habe ich gedacht, ich stelle mich gar nicht mal so scheiße an, aber... So kann man sich hören. Ich habe jetzt noch ein einziges Leben, das würde ich gerne mal in den Bach reinschmeißen. Ich würde gerne mal von vorne anfangen, aber das zählt ja nicht wirklich. Ich meine, vielleicht gibt es unterlegen extra Leben, ich kann mich noch ein bisschen warm spielen. Also verzeiht mir, wenn die erste Runde ein bisschen schief läuft. So, jetzt aber. Super Sprung! Was ist das Kleines? Ach, die Viecher, genau. Ihr merkt schon, ein paar Elemente wurden ja eiskalt von Megaman geklaut, vor allem die Gegner. Boah! Nein, 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 nein! Ah! Oh, du Mistvieh! Haben wir es doch gekriegt! Ihr kriegt irgendwann eine Power-Rüstung, dann werden wir noch stärker und dann sieht das wirklich aus wie der Verkrieg-Terminator! Ich hoffe, das kann ich euch noch zeigen in dem ersten Run, bevor ich draufgehe. Auf jeden Fall habe ich gerade die Power-Anzeige ein wenig erhöht, dadurch die Aktion. Das war der Kunde vorhin vorhin und ich habe auch Granaten gekriegt. Also die müssten... Ah! Nochmal die Power erhöht. Jetzt kann ich zwei abfeuern. Und Granate ist vielleicht Select? Jawohl! Granate ist Select. Jetzt habe ich leider keine mehr, aber ich wollte es euch ja auch mal vorführen. Ich muss sagen, zwei Bungerang machen sich schon ziemlich gut hier als Defense. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich ein bisschen leiser rüberkomme. Ich probiere mit dem Sound alle Geräusche rauszunehmen, jeden Rausch, der eventuell sein könnte. Boah! Man kann sogar Kugel damit abfangen. Und versuche die Lautstärke ein bisschen hochzuregeln. Ich nehme bloß nicht von zu Hause auf, sondern bin in einem kleinen Hotel, weil ich mal wieder auf dem Lehrgang bin. Um mich weiterzubilden. Und das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt haben wir die Terminator-Rüstung. Und der Strahl ist zwar nicht besonders weit, aber schön vor uns, dass wir alles wegsmashen können. Und wir können zusätzlich Treffer verkraften. Oh, Alter, du Mistvieh! Haben wir leider nichts davon, wenn uns das Vieh gleich wieder zusammenschießt. Aber ich glaube, wir haben uns gerade schon wieder geheilt. Ah, hier geht's doch. Also wer wirklich einen Retro-Titel haben will, der sich gut spielt... Psst, you must be Nova. Ja, ich bin Nova. I'm your contact here. Take this. ID-Card for Selector 1. Good luck. Sehr gut. Jetzt haben wir eine ID-Card. Da können wir bestimmt durch irgendeine abgefahrene Tür, durch die wir vorher nicht hätten können. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Wenn ihr mal einen Retro-Titel haben wollt, der sich wirklich sehr, sehr gut spielt. Also jetzt von der Steuerung her. Ohne, dass man groß meckern muss. Oh, meine Rüstung ist weg. Dann holt euch bitte Powerblade. Also ich habe bei dem Titel überhaupt nichts zu meckern. Äh, Bombe. Nein, da lag unsere Erweiterung. Das Einzige, was ich bei dem Titel wirklich zu meckern habe, ist, dass es so unbekannt ist. Keine Sau kennt Powerblade. Also die Profis sicherlich. Ganz viele YouTuber werden den Titel kennen und auch die ganzen Retro-Profis sicherlich. Aber ich kenne den Großteil, die wissen nicht, was Powerblade ist. Boah, jetzt haben wir ja mal einen richtigen Powerblade-Ungerang. Immer weiter weiter gehen. Es lohnt sich hier gar nicht so groß, sich mit den Gegnern anzulegen. Ja, den auch wieder weggetätzt. Ja, nicht so gut. Ich glaube, die Dinger kann ich leider nicht kaputt machen. Ich kann leider nur laufen, also die Kanzeln. Soll uns aber nicht stören. Schnell weg. Sehr gut. Boah. Ja, hier gibt es schon jede Menge Enemies. Und ihr merkt, es ist auch gar nicht so schwer durch die einfache Steuerung. Man kommt relativ gut klar. Also normalerweise bin ich ja, wie gesagt, nicht der beste Spieler. Also jedenfalls nicht bei jedem Titel. Wow. Hörst du auf? Da erstmal hoch. Ja, da gibt es wieder Rüstung. Oh, der hat auch ein bisschen mehr gefressen. Hat die jetzt auch ein bisschen mehr Schuss? Yeah. Jetzt können wir abräumen. Okay, das Ding scheint es überhaupt nicht zu jucken. Okay, wir werden hintereinander zusammengeschossen. Nur weil das Vieh quasi infinitiv Schaden fressen kann. Äh, toll. Und jetzt? Noch wieder runter. Ach, sowas hasse ich. Jump-Nur-An-Passagen, for the best. Wenigstens noch ein Hamburger verdrückt. Soll noch ein bisschen mehr Schaden fressen können. Drei Bungarang mittlerweile. Und unser Hamburger ist auch noch liegen geblieben. Sehr gut. Ich glaube, das erste Level, das rocke ich gerade, obwohl ich nur Leben habe. Hätte ich mich am Anfang nicht so doof angestellt, wäre ich ja noch richtig weit gekommen. So, aber noch ist nicht alle Tage Abend. Ich habe nur nicht überlebt. Hier gleich mal weiter. Ich habe keinen Bock rauszufinden, was der Gegner dafür ein Item drin hat. Kann natürlich was sehr Gewinnbringendes sein. Muss aber nicht. Selbst den komischen Roboter fällt sich jetzt mit einem Schuss weg. Naja, aufleveln lohnt wie immer in solchen Spielen. Ich fliege mal die andere Seite lang. Das ist mir irgendwie lieber. Das sieht nicht so aus, als würde es da unten so einfach werden, wenn ich jetzt einfach runterspringe. Sehr gut. Na, alles kein Problem. Ich vermisse jetzt schon beim nächsten Level meine Bungarang-Power. Und ich hoffe, es kommt nicht so etwas wie ein Endgegner. Das wurde mir sehr, sehr in die Suppe spucken. Gerade, wo ich so gut bin. Ich habe zwar noch eine Granate übrig und die hebe ich mir jetzt auf. Was war das denn? Ah, Timing gefragt. Nein. Ach, das ist doch mies. Beim ersten Mal sieht man es beim... Beim zweiten Mal leider nicht. Oh, oh. Der fette Affe. Ich kann leider nicht schräg nach unten schießen. Ich kann zwar nach oben schießen, aber... Ja, doch kann ich. So geht das also auch. Oh nein, 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 nein. Dieses Ding ist zum Quatzen. Okay, das ist die Keycard für Sektor 1. Brauche ich die da? Und hätte ich die jetzt nicht gehabt, wäre ich da gar nicht reingekommen. Also gut gemacht. Bitte keinen Endgegner. Und natürlich einen Endgegner. Okay. Und die Drecksau trifft natürlich. Alter. Nein. Continue, natürlich. Wo ich so gut dabei war. Oh, das geht wieder von vorne los. Okay, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Speedgrunt raus und hebe mir die Granaten dann komplett für den Endgegner auf. Ach, das ging jetzt auch ein bisschen schief, ne? Ich wollte euch wenigstens noch das zweite Level zeigen in diesem kleinen Retro-Ran. Wird doch klappen, oder? Schön Power-Items sammeln. Nicht überall runterfallen. Dann sollte es auch geben. So, komm her, du Mistvieh. Natürlich. Das meine ich. Unser normaler Bungarang ist mal leider nicht so der Heavy Gong. Ich brauche wieder Power-Hubs. Andersseits verreck ich hier. Komm, gib mir was. Oh nein. Du? Nein. Sag mal, haben wir zu dem Zeitpunkt wirklich viel mehr Zeug gekriegt schon? Ist das nicht alles ein bisschen zufallsverteilt? Ich glaube, das ist total zufallsverteilt. Ich habe gedacht, das wird taktisch platziert. Nein, ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Bungarang-Power gekriegt. Nein, ich will die Granate haben. Ach, das gibt es auch nicht. So eine Scheiße. Gut. Wieder ein bisschen die Power gestiegen. Ich kann mich doch von da oben fallen lassen. Ist doch... Nein. Ey, wie konnte mich das denn treffen? Von hier oben will ich mich fallen lassen. Aber erstmal lass das 4 ausschalten. Und es gibt natürlich nichts. Nein. Ich dachte, ich kann mich doch von oben reinfallen lassen. Oh, ey. Das war jetzt eine sinnlose Verschwendung meiner Energie. Ich wollte doch nur die Power-Rüstung haben. Okay. Kleine Erweiterung. Wir haben jetzt zwei Bungarang. Das kann man schon... Nein. Wenn wir uns nicht in die falsche Richtung werfen würden, könnte uns das gut weiterhelfen. Mann, ich habe mich gerade so gut angestellt und auf einmal fail ich hier wieder... Ach, taurig. Gut. Hamburger holt uns wieder ein bisschen hoch. Ist echt schade. Na gut. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Keine Ahnung, was wir jetzt gekriegt haben. Ich glaube, eine Power-Erweiterung. Am meisten stinkt mich hier wirklich die kurze Reichweite an von dem Bungarang. Boah, wieder die Granate da unten im Boden. Ich glaube, ich werde hier von allen getroffen. Ich habe immer noch... Also praktisch wieder nur die Hälfte meiner Energie. Nein, ich will gar nicht da hoch. Na, das gibt es doch nicht. Nur wenn ich die Rüstung haben wollte. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich mache ja trotzdem mal noch einen Run. Wenn ich sterben sollte, probiere ich natürlich noch einmal. Aber diesmal lasse ich, glaube ich, die komische Rüstung da liegen, wo es ist. Ich habe mir beim letzten Mal ja auch nicht so viel gebracht. Ein bisschen Defense erhöht, klar. Komm schon, gib auf. Stirb, 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 stirb. Ja, das war ja klar. Ey, ihr Mistviecher könnt mich ganz gewaltig mal... Nein, 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 ich will doch da runter. Oh, es läuft hervorragend. Gib mir mal ein Power-Up. Power-Up, sehr gut. Ein bisschen Energie dazu gekriegt. Gar nichts dazu gekriegt. So, beim letzten Mal muss ich jetzt ein bisschen warten, dass der... Ja, diesmal ist die Handgranate nicht im Brunen gegangen. Diesmal gab es gar keine Handgranate. ...was mindestens genauso lame ist. Burger! Hälfte der Energie... ...haben wir Hälfte der Power-Leiste voll. Und diesmal hole ich nicht diesen dämlichen Anzug. Es gibt mir irgendwas Cooles hier. Ja! Zweiten Bumerang. Von den Typen brauchen wir jetzt wieder reittechnisch die ID... Ne, der ist gar nicht mehr da. Aber ich hab gedacht, wir müssen die ID-Craft von den Typen nochmal holen. Aber es war wahrscheinlich... Mann, warum ist das so kurze Reichweite? Na, das Problem ist, äh... Guckt euch mal meine Energieanzeige an. Ich bin gleich down. Und dann war's das für mich und ich werde den letzten... Ne, nein. Ich darf nicht so pessimistisch denken. Ich werde das hier rocken. Ja, ha, 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 scheiße. Okay, letzter Versuch jetzt. Ich werde nochmal voll durchstarten. Ich bin sonst nochmal locker ans dritte Level gekommen. Ich verstehe das jetzt gerade nicht wirklich, warum ich hier aufs Maul kriege. Aber manchmal ist es halt so. Man hat gute und schlechtere Tage beim Zocken. Wenn ich gerade noch gelobt habe, dass das Spiel so schön sich gut steuern lässt und so einfach ist dadurch... Äh, ich will da auch nicht abweichen davon. Das Spiel rockt einfach und hat eine sehr, sehr gute Steuerung. Selbst hier über dem Emulator. Das muss ich nicht mal leben. Normalerweise sind die meisten Spiele nur als Originalspiele einigermaßen taugbar. Und über dem Emulator kaum noch, sag ich mal, steuerbar. Ah, ein bisschen langsamer. Komm her. Geschafft. Guck mal, der Titel, wie gesagt, lenkt sich hervorragend. So, ich würde mal sagen, ziemlich gute Voraussetzungen. Ich habe jetzt, sag ich mal, kaum Schaden kassiert und bin eigentlich schon recht weit. Ja, eine Erweiterung. Granate. Kann ich mich wieder gut verteidigen. Jetzt muss ich bloß noch dieses kugelwerfende Mistvieh ausschalten. Natürlich von beiden Seiten. Gut, lief jetzt suboptimal. Nur auf der Hälfte Energie, aber ich habe ja noch zwei Leben. Ich frage mich nur, ob ich jedes Mal von vorne anfangen muss, wenn ich sterbe. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter. Wir wissen ja, diesmal brauchen wir nicht da lang gehen. Wir kriegen sowieso nichts Neues. Nein, der Hamburger. Auch hier eine Erweiterung. Aber ich bräuchte ehrlich gesagt mal mehr Energie. Das würde mich mehr freuen. Nicht, dass ein weiter Bungerang nix hätte. Das ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Ich frage mich, ob man hier einfach stehen bleiben kann und farm. Ja, ich laufe hier einfach mal weiter. Ei, 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 ei. Was habe ich eingesammelt? Eine Granate und ein bisschen Power, glaube ich. Aber keine Energie. Sehr, sehr schade. Gib mir noch einen Hamburger, Mann. Ich habe Hunger. Ja, wieder volle... Nee, scheiße. Das war doch nur... Das ist doch doof. Oh, und hier bin ich gleich wieder zusammengeschossen. No. Gut, jetzt habe ich eine Powerrüstung, die hält drei Schüsse aus, so wie es aussieht. Drei Schüsse. Drei Schüsse natürlich. Eins, zwei... Und... Ja! Powerrüstung überlebt. Jetzt bräuchte ich bitte einen Hamburger. Nein! Scheiß die Wand an! Leute, machen wir es anders. Na, wechselt ihr jetzt mal den Sektor? Ich wollte eigentlich hier mal kurz rausgehen. Äh, ja, eine Granate aktivieren wollte ich außerdem. Nee, ich wollte hier wirklich einfach mal aus dem Sektor rausgehen, damit ich euch noch ein bisschen was anderes zeigen kann. Aber ich fürchte... Machen wir es mal anders. Ich muss mal kurz zur Maus. Äh, File... Äh... Äh... Load oder... Moment, 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 Moment. Ich will euch dringend mal noch ein neues Level zeigen, sonst wird es ja doch vielleicht ein bisschen langweilig. Open... Hm... Wo haben wir es? Ja, ich könnte ja sehen, was ich alles für Roms habe. Aber ich kann euch versprechen, die habe ich auch alle im Original da. Ich muss mal ganz kurz eine andere Rom öffnen, ansonsten funktioniert das nicht. Open... Äh... Kontra... Kontra ist auch geil, ne? Aber... Open... Powerblade. Wo ist es denn jetzt hin? Genau. Und da geht es wieder weiter. Ich weiß nicht, ob das grundlegend notwendig ist, äh... Na? Äh... Äh... Praktisch eine Rom zu besitzen, ich glaube, das ist auch noch so ein Streitfaktor. Ich gehe jetzt gleich mal in Sektor 5 rein. Äh... Manche sagen ja, es ist so oder so scheiße, wenn man Spiele Let's Play macht, ohne großartig davon zu fragen. Egal, ob man eine Rom besitzt oder nicht. Oder Bildmaterial reinstellt. Ähm... Aber ich sage mal, wenn man das Spiel besitzt, ja, ich meine, das ist dann schon... Ähm... Vielleicht nicht legitimer. Ich weiß, aber es gibt einen doch ein besseres Gefühl. Also ich spiele zu 97% nur Spiele, die ich besitze. Als Rom. Einmal habe ich eine Ausnahme gemacht, das war mal ein Spiel, das könnte ich gar nicht besitzen, weil es nie in Deutschland rausgekommen ist. Und da wollte ich mal nicht so sein. Weil ich wollte es euch ja trotzdem zeigen. Also momentan ist das Level zu viel einfacher als das Level 1. Ich weiß mal nicht, woran das liegt. Ah, gut. So sehr kann man sich irren. Nein! Yeah! Power dazu gekriegt. Uh, was ist denn das für eine... Okay, ich habe eine Granate dazu. Diese Drohnenviecher, die sind eine lustige Sache, wie ich finde, weil die Kugeln kann man cool ausweichen. Und die einen selbst nach dem Tod von den, sag ich mal, den Schützen noch weiterverfolgen. Das Problem ist nur noch... Oh... Gut. Wir sind ja das Power-Level hochgeholt. Schießt da eigentlich immer nur die untere... Nein, ich wollte gerade fragen, ob der immer nur die untere Grube schießt. Das kann ich natürlich vergessen. Ganz schön hart hier das Level. Gerade kam es mir noch so pipi leicht vor. Und jetzt muss ich sagen, hat es doch schon ein bisschen mehr von Action-Run. Na, wie ging der Schuss nach unten nochmal? Yeah! Ja, man lernt halt dazu beim Spiel. Uh! Okay, ich habe gedacht, da oben kann ich noch stehen. Kommt hier noch irgendwas? Granate aktivieren wir gleich mal. Die Viecher sind wahrscheinlich unknackbar. Aber ich kann auch da irgendwie hoch, so wie es aussieht. Jetzt noch nicht. Jetzt ist eine gute Zeitpunkt gekommen. Das riecht irgendwie nach Bonusbereich. Äh... Oder auch nicht. Was habe ich denn jetzt davon gehabt? Na, super. Außer, dass der Gegner wieder da ist. Ah... Na gut. Lieber da hoch. Ich frage mich echt, was dieser Bonusbereich jetzt sollte. Oder dieses Geheimversteck. Was jetzt praktisch nur sowas zum Anlocken, dass ich da draufgehe. Was ich ja bei den Spielkarten mächtig vermisse, sind solche Zwischen-Safe-Spots. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Checkpoints. Ihr seht übrigens, ich kann den Schuss so schnell wie ich hintereinander mache, einen Powerschuss. Die werden dann kürzer. Ich muss die Powerleiste erst wieder aufladen lassen. Erst dann kann ich wieder einen schönen, langen Schuss machen. Eigentlich ein gutes System, was einen ausbremst, immer um die ganze Zeit mit den Bungerwangen rumzufeuern. Ah, wir gehen einfach mal weiter hoch. Ich weiß zwar nicht, was mich da erwartet. Ah, das ist unser Homie. Was waren jetzt? Drei Schuss, oder? Eins, zwei, drei. Gut. Kein Problem. Ja, da brauche ich natürlich die ID-Card, aber unser Kumpel da unten hat die ja schon. Ja, ja, wissen wir jetzt. So, gar kein Problem. Das ist doch einer von uns, ja. Psst, you must be Nova. Ja gut, der Text ist ja gleich wie beim letzten Mal. Text ist, ID-Card vor Sektor 5. Gottluck. Werden wir haben. Äh. Sehr gut entkommen, muss ich mal sagen. Also mittlerweile läuft's ja wieder. Ach, hier ist der Trick. Ich muss so oder so unten lang. Ob's da hinten auch was Feines gibt? Ich bin immer ein bisschen neugierig, ich weiß. Aber nur so entdeckt man halt die ganzen Geheimnisse im Spielen. Uh, und da unten gibt's? Keine Ahnung, ob's Rationen war oder sowas. Gibst du viel mal auf? Yeah. Ja, ich weiß nicht, ob die Ecke so gut ist, dass ich hier lang gehe. Auf jeden Fall gibt's da eine Power-Rüstung, die brauche ich. Uah. Soll ich den Sprung wirklich wagen? Oder soll ich mich lieber verpissen? Das sieht nicht gerade so aus, als würde der das packen. Kurz mal ein Vergleich. Also von hier springt er nach... Ach, ich kann's nicht wirklich einschätzen. Für mich sieht das ein Stück zu weit aus. Ach, Mann. Nein, ich mach's nicht. Immer wenn er von hier von der Kante bis da zu der Kante springt, dann schafft er das nie und nimmer. Das ist eine Verarschung. Ich verziehe mich wieder nach oben und lauf da lang. Ich muss das ganze Let's Play nicht runterreißen, nur weil ich hier irgendwas rausfinden möchte. Ob der Sprung klappt. Ist halt der Problem, man stirbt hier, wenn man runterspringt. Doppelte Probleme, doppelter Spaß. Na, wo ist er hin? So, jetzt müssen wir auch hier wieder hoch, oder? Oder kamen wir da her? Nee, wir müssen da runter. Yeah! Und haben noch gleich einen Strahl gefressen. Das sollte nicht so laufen. Da ist doch die Rüstung. Ja, super. Das heißt, wir kommen jetzt an der Stelle raus. Ah, super. Nein! Okay, wir haben auf jeden Fall einen Safe-Spot gehabt. Das heißt, ich kann mich hier nicht beschwören über sowas, sondern kann einfach gleich weitermachen. Das heißt, nochmal hier rü... Ach, die Rüstung ist auch wieder weg. Das Spiel gönnt einen aber auch nicht viel, sag ich mal. Das ist wahrscheinlich weniger unfair als andere Spiele zu der Zeit. Aber meine Power-Ups wurden auch reduziert. Nein! Oh, war es knapp. Ei, 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 ei. Die Sprünge sind aber hier auch haargenau getimed. Lauf, lauf, lauf. Wachst du nicht zu sterben, du Null. Jetzt geht rauf, Mistvieh. Ah. Okay, wieder volle Energie. Ich hätte gerne meine Rüstung und meinen Superschuss behalten. Ich meine, die Power habe ich ja jetzt scheinbar wieder. Aber noch einen zweiten oder einen stärkeren Bungerhang wäre natürlich auch sehr von Vorteil. Und da liegt sie wieder, die Rüstung. Aber ich habe jetzt eigentlich keinen Bedarf mehr auf die doofen Rüstung. Äh, dieses dämliche Gorillafieh. Wir hätten gedacht, dass die Dinger so weit hochspringen. So, ich müsste es geschafft haben. Ich müsste jetzt wieder an der Ausgangstür sein. Wo ist denn wieder hoch? Na, fast jedenfalls. Hier waren wir ja schon mal. Reflexe wie eine Katze beweise ich gerade, glaube ich. So, jetzt müssten wir ja fast alles geschafft haben. Dann noch mal runter. Ich traue mich gar nicht großartig zu sprechen, wenn ich froh wäre, mal hier ein Level abzuschließen. Oh, ein Hamburger. Sehr gut. Ich frage mich immer, warum Pizza und Hamburger so dieses energiegebende Mittel wäre. Also praktisch in den meisten Videos spielen es ja so, da frisst man Hamburger und ist auf einmal wieder geheilt. Oder eine fette Pizza. Ich meine, bei Tortoise verstehe ich ja das noch. Das war ja nochmal so ein Abendrunning-Gag. Aber bei solchen Spielen, Fastfood, für Health, da hat wohl die Fastfood-Industrie noch ihr Beinchen drinnen gehabt. Ja, ich glaube, wir erreichen endlich die Tür. Das war natürlich dumm, dass ich jetzt noch einen Treffer abfangen musste, aber egal. Lock Related. Da drin wird es wahrscheinlich nicht einfacher werden, weil, Endgänger... Wer bist du denn? Hm. Hallo? Lässt du dich auch mal treffen? Ich glaube, da waren ein paar Treffer mit dabei. Das Problem ist, ihr habt mich auch erwischt. Und noch ein Problem ist, ich gehe vor ihm drauf. Mit der momentanen Energieanzeige. Alter, so ein Assi. Hm. Es sind zwar nicht viele Treffer, die ich ihm beschwere, aber es sind Treffer und ich arbeite mich langsam voran. Gut, bei sowas brauche ich gar nicht erst reagieren. Wieder ein Treffer mehr. Ich glaube, das könnte sogar was werden, wenn... Ja, mich... Nein, ich wollte doch... Oh, nein, 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 nein. Ja. Der darf gar nicht erst anfangen, von oben zu schießen. Haben wir... Ein gutes Problem. Ich habe noch zwei. Ja, noch vier Treffer. Drei zu zwei. Zwei zu zwei. Langsam komme ich rein. Ja! Ich habe endlich mal ein Level abgeschlossen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Disarmed. Yeah! Jetzt kriegen wir natürlich die ganzen coolen Code-Daten, die wir brauchen, um die Welt zu retten. Runtergeladen. Access. Terminated. Und dann warnen wir uns gleich mal in Sektor 6 rein, oder? Noch lebe ich ja. Und ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Da ist auf jeden Fall der Informant. Da sollten wir zuerst hingehen. Obwohl das schon nach einer todesstampen Wand... Oh Gott, ich werde zu sterben. Ey Leute, das geht doch nicht an. Komme ich hier wenigstens gleich runter? Aber ich habe meine Power-Ups behalten. Das ist ja schon mal sehr positiv. Obwohl ich jetzt gleich sterben werde. Na gut. Auf zu den Informanten. Obwohl ich nicht wirklich eine Ahnung habe, wie ich da wieder hoch... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mega-Mine-Plattformen. Und ich werde sterben. Selbst wenn ich zu den Informanten schaffe, werde ich einfach jämmerlich draufgehen. Das Problem ist, dass ich hier auch nicht groß den Platz habe zum Ausweichen, fürchte ich. Mwahaha. 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 Ey. Ist der dann wenigstens mal weg? Naja, der kommt nicht neu. Ich bin so froh, dass ich hier beim Treffer nicht zurückgeworfen werde. Das wäre mich echt tödlich. So, lieber Informant. Ich bin bei dir. Zu ein weiblicher Informant diesmal. Na gut. Dann gib mir jetzt den Code für Level 6 und dann möchte ich hier raus. Good luck. Gut, jetzt habe ich zwar den Code, aber ich werde mich spätestens bei den Mega-Man-Fotos-Plattformen einfach verrecken. Aber ich habe ja noch ein Leben. Ich könnte dann wirklich noch durch die Tür in Level 6 kommen, wenn ich zur Hölle wüsste, wo die Tür für Level 6 ist. Weil so weit war ich ja hier auch noch nicht. Hier müsste ja gleich wieder ein Laser-Geschütz kommen. Das kennen wir ja mittlerweile. Keine große Gefahr mehr. Komm jetzt raus. Nein. Warum deine Lücke gelassen wurde, verstehe ich nicht. So, jetzt gucken wir uns die ganze Sache mal an. Da hoch. Da hoch. Okay, es scheint gar nicht so kompliziert zu sein. Da hoch. Okay, so geht es auch. Ich habe gerade Angst gehabt. Ich wusste nicht, wann der Button weg geht. Ja. Und ich habe schon gedacht, das wäre mein Ende. Gehst du drauf? Der will nicht. Natürlich macht das jetzt. So ein Arsch. Uh. Gut, der hat uns auch nochmal einen Treffer verpasst. Ich gehe einfach mal davon aus, von den guten alten Regeln, dass rechts der Ausgang ist vom Level. Obwohl das Ganze hier so ein bisschen irrgabenmäßig aufgebaut ist. Ach, immer weiter nach rechts wird schon irgendwann die Lösung sein. No, geht immer drauf, du Mistvieh. Ich muss mich quasi länger zeigen. Dann wird er auch aktiv. Kriege zwar auch einen Treffer rein, habe nur noch die Hälfte meiner Energie, aber... Was ist das für ein Vieh? Baut er sich wieder zusammen? Ja, Tatsache. Jetzt können wir herausfinden, was das ist. Das war auf jeden Fall keine Energie. Ist das ein Witz jetzt? Oh, ey. Sowas hasse ich ja. Da hätte ich auch gleich darunter gehen können. Und ich habe keine Ahnung, was ich aufgenommen habe. Ich könnte ja mal Select drücken. Das war die Granate. Verdammt, ich habe gedacht, das ist irgendein cooles Power-Up. Äh. Ja, ich habe da eine Versorgung. Na. Okay. Ja, das heilt mich wieder. Das wusste ich noch gar nicht. Nur sowas kommt es ja auch mal. War jetzt ein bisschen unnötig, wenn ich eine Hember gekriegt habe, aber das habe ich auch vorher nicht gewusst. Das Level ist wirklich groß. Ich weiß nicht, wo hier der Ausgang ist. Uah. Na, war ja klar. Da kann man sich natürlich voll vertun, ne? Oder es gibt nur so viele Routen zum Ziel. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich gehe mal wieder auf die Granaten. Was ist denn das für ein Riesen-Level? Hm. Na gut, kann ja nur noch nicht schlecht für uns sein, ne? Noch behaupten wir uns ja relativ gut. Okay, hier ist schon wieder Ende vom Level. Also ab nach oben. Ich meine, die ganze Lösung für das Ganze könnte ja überall jetzt sein. Ich sehe gerade, meine Energie ist gerade mächtig gering. Ich wechsle mal wieder um. Kann ja fast gar nicht sein. So, Energie wieder voll. Wieder auf Granaten. Okay. 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 Na gut, weiter hinaus. Irgendwo muss die beschissene Tür sein. Ich hoffe einfach mal, dass das alles unterschiedliche Richtungen sind. Die eigentlich nur ins selbe Ziel führen. Ach, das war scheiße. Ach, sowas saß ich ja. Ja, da ist die Tür. Ich glaube zwar nicht, dass ich die nächsten Endgegner noch großartig was entgegenzusetzen habe. Aber es ist ja auch nicht so wichtig, was ich hier glaube. Komm schon. Nein. Ja, wieder ein bisschen geheilt. Ich bin gerade sehr konzentriert. Deswegen bin ich auch gerade ein bisschen, sage ich mal, schweigsam. Ich will nicht einfach so jetzt hier drauf gehen, nachdem ich das geleistet habe. Den Endgegner wäre ich jetzt eh zwei Granaten gleich um die Ohren knallen. Confirmed. Locked. Related. Yeah. Alter. Das ist also, das ist wirklich ein T2000, oder? Nein, ich sollte das über die Plattform machen. Ich habe es verpasst. Der wucht einfach einen Treffer an. Der Drecksack. Aber wir können ihn schaffen, wenn jemand ihn einfach will zu spammen mit geschützen. Ja, Level 6 geschafft. Mann, ich habe einen richtigen Run. So weit das Video zu machen, war gar nicht geplant. Ich meine, ich bin jetzt schon über halbe Stunde mit Wund dabei. Da bin ich schon richtig stolz auf mich. Nochmal schnell alle Code-Daten abgesaugt. Ich könnte jetzt nochmal ins Level 1 gehen. Einfach nochmal, um zu zeigen, dass ich es doch drauf habe, das Level 1 zu schlagen. Beziehungsweise Sektor 1. Und go. Zumal, weil sie uns ganz nach Weiterungen haben. Was soll uns jetzt noch passieren? Mit uns in allen Leben. Kann man nicht sowas hier schon machen. Die Pflanze schon vorher ausschalten. Hier ein bisschen schräg ballern. Na. Okay, vielleicht gehe ich doch lieber wieder runter. Diese kleinen Mistvieh hier sind doch immer unsere größten Energieverbraucher. Komm her. Gar kein Problem. Ich frage mich die ganze Zeit nur, dieser Bungerang mit den Schrägschießen, das ist ja noch besser als eigentlich die Powerrüstung. Also bei so einem Spiel ist es eh immer gut, wenn man mehr Richtungen ballern kann. Und durch die Powerrüstung wird dann das einfach wieder genommen. Also ich bleibe jetzt bei dem Bungerang. Selbst wenn ich die Rüstung sehe, klar, die kann einem noch drei Treffer mehr abverlangen. Aber die steckt man ja dann meistens auch rein, wenn man sich nicht richtig bewegen kann. Mistvieh. Ach, ist das Spiel herrlich. Also ich habe mich jetzt richtig dran gewöhnt. Ich rase hier regelrecht durch. Man könnte es auch sagen, es ist halt ein bisschen wie Mega Man, bloß halt auch ein bisschen einfacher. Nicht so Hardcore schwer wie Mega Man. Ja, ich glaube, es gibt viele von euch, die spielen Mega Man. Ach ja, ich muss ja trotzdem noch zu einem Verwandten. Nein, den Bürger nehme ich nicht, wenn ich da sterbe. Die spielen Mega Man ohne mit der Wimper zu zucken durch. Das weiß ich auch. Das ist alles ein bisschen Trainingsfrage. Ich könnte es jetzt beziehungsweise nicht. Und daher freue ich mich über Powerblade. Jetzt kriege ich gleich noch wieder Informationen. Gut lag, sehr gut. Da können wir einfach nicht so hin. Gut. Ich sollte es echt noch packen mit den einen Leben. Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Zumal ich ja jetzt an der Stelle gespeichert habe, wo der Kunde mich abgefangen hat mit seinen Informationen. Und noch zwei Granaten zur Verfügung habe. Also alles gar kein Problem. Hier und oben muss ich mich ja einfach nur... Oh, hat der noch ein Item vielleicht? Ne, schade. Aber wie man den Viechern ja großartig ausweichen will. Ich kann es echt nicht sagen. Ich kann die Dinger ja doch kaputt machen, die Kanzel. Kann ich doch, oder? Ne, gerade nicht mehr, oder? Ich dachte, ich hätte das gemacht. Ich sollte mich nicht darauf versteifen. Ich habe hier schon jede Menge Lieb verloren durch den Mist. Hm, schade. Ich habe echt gedacht, ich hätte die kaputt machen können. Hätte mich gefreut. Und der Hamburger ist wieder für die Katz. Hörst du auf zu schießen? Ach, wieder die Passage. Oh. Ist gar nicht so leicht, den seine Bungerwangen von uns zu unterscheiden. Doch, der kann auch schräg schießen. Also alles beim Alten. Laufen. Ei. Na, schönen Treffer noch abgefasst. Schieß doch. Yeah. Okay. Manchmal ein bisschen langsamer tut bei dem Spiel wahrscheinlich auch gut. Und noch eine Granate. Denn die nächsten Endgegner können wir einfach so weggranadieren. Leider hilft der Anzug ja scheinbar nicht gegen die Stacheln. Ansonsten wäre ich hier schon ein bisschen optimistischer. Aber wir haben trotzdem noch einen... Na ja, sag mal, wir können noch einen Stachelschuss abfangen. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir wirklich nur noch drei Treffer übrig. Sollte aber trotzdem ausreichen. Zwar nicht für den Endgegner, aber um noch ein bisschen Stub zu machen. Es sei denn, wir kriegen ja nochmal ein kleines Leben geschenkt. Ja. Diesmal springe ich gleich da vorne runter. Ah, nochmal Versorgung. Äh, Select. Genau. Wieder Granate. Alles kein Problem. Ich bin gerade wirklich ein bisschen stolz auf mich. Vielleicht zocke ich das Spiel einfach mal durch. Hierher. Auch dieses Hindernis geschafft. Und ich werfe jetzt leicht diesen scheiß fucking Endgegner mit Krankgranaten zu. Ich sag's euch. Ich mach den kalt. Okay, das war schon mit super Krankgranaten. Nein, nein. Warum der? Das ist der erste Endgegner. Warum macht der uns so kalt? Wird's. Bisschen taktischer vielleicht jetzt mal. Auf die Bib. Wenn er nicht springt, ist er. Das war auch schon besser. Er ist mir doch schon unterlegen. Also rein energie-technisch. Spring doch. Er ist mir immer ein Energiepunkt. Steckt er mir immer hinten rein. Das ist die Chance. Weil das müsste ich dann eigentlich gewinnen, wenn's so bleibt. Gehst du jetzt mal drauf? Ja. Es war zwar knapp, aber der nächste Endgegner ist gefallen. Ich bin ganz schön heiß jetzt. Auf zu Sektor 4 als nächstes. Ich glaube, das ist das erste Retro-Let's Play, was so immens lange dauert bei mir. Normalerweise versage ich bei den Spinnen immer von vornherein. Also da fliege ich gleich raus. Oh, nee. Machen wir mal Sektor 2. Sektor 2 klingt doch auch sehr hübsch. Unsere Energie ist auch wieder aufgeladen. Unser Bungerang ist immer noch. Volle Kalle da. Heieiei. Ich muss hier aufpassen mit den Springen. Ich will's jetzt nicht durch so eine dämliche Sprungaktion versauen. Aber schön sind die Leute ja gemacht. Also ich glaube, hier war auch ein bisschen Contra-Inspiration mit drin. Contra war ja sowieso ein Prototyp für die ganzen dieser Art von Spiele, sag ich mal. Na super. Den Stern wollte ich eigentlich noch haben. Ich trau mich mal darunter zu dem Mistvieh. Na ja, klar, sie ein bisschen was einstecken muss, aber... Oh Gott. Was? Was? Wo hätte ich dir das wissen sollen? Leute, das war einer meiner längsten Retro-Let's Plays, wo ich einfach noch in unser Spiel reingucke. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen stolz auf mich. Ich bin's auch. Ich freue mich richtig, dass ich so nett gekommen bin. Und leider ist es durch so eine dumme Sache jetzt zu Ende gegangen. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis die Tage. Ciao. Ciao.